Das zu veräußernde gut gepflegte Mehrfamilienhaus steht in Tönesforst. Das im Jahr 1993 erbaute Gebäude wird über eine Gasetagenheizung beheizt. Die Immobilie verfügt über vier Parkplätze. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 543 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 318 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 595.000 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.